Okay, Leute, jetzt holen wir uns noch den Löwen. Der ist irgendwo hier. Gut wäre, wenn er uns angreifen würde. Vielleicht wird das gut. Ich bin noch nicht sicher, ob das gut wäre. Es knurrt doch hier, oder was? Oh mein Gott! Ich nehme jetzt einfach schon mein Gewehr in die Hand. Scheiß drauf, wir gehen da jetzt einfach ein. Der greift uns doch eh wieder an. Ja! Du gehörst mir.